Hallo zusammen, ich bin Can und ich zeige dir heute meinen Alltag als Maurer. Komm doch mit! Ich habe mich für einen Beruf Maurer entschieden, weil es mich freut, draussen zu arbeiten, weil der Job sehr abwechslungsreich ist. Ich arbeite sehr gerne in einem Team. Man hat sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und oben sehe ich immer, was ich durch den Tag gemacht habe. Für die Firma Galli, Hoch- und Taufbau habe ich mich entschieden, weil ich in meinem privaten Umfeld und beim Recherchieren über meine Lehrstelle sehr viel Gutes über die Firma gehört habe. Ausserdem wird unsere Arbeit sehr wertgeschätzt und ich bekomme immer die nötige Unterstützung von meinem Berufsbildner. Ausserdem ist es ein Familienbetrieb und das merkt man sehr. Für die Lehre als Maurer muss man gerne im Team arbeiten. Man muss gerne bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur draussen arbeiten. Man braucht ein gutes Vorstellungsvermögen und man muss mit körperlichen und zeitlichen Belastungen umgehen können. Die Benefits von Unternehmen sind jedes Jahr ein Skitag und ein Sommerausflug, wo die Firma immer etwas Gutes plant. Wir haben mehrmals im Jahr einen Grillanlass im Werkhof. Das führt dazu, dass wir miteinander einen sehr guten Zusammenhalt im Team haben. Nach meiner Lehre habe ich die Möglichkeit, auf der Baustelle Kranführer oder Maschinist zu werden oder mich weiterzubilden zu einem Vorarbeiter oder einem Bolier. Und wenn ich ein Büro wechseln möchte, kann ich eine Bauführerschule absolvieren. Wenn dir der Einblick im Alltag als Maurer gefallen hat, dann bewirke ich doch jetzt bei Galli, Hoch und Teufel AG als Maurer. Terimaier Untertitelung des ZDF, 2020